Also, guten Morgen, Fuppi! Ach, guten Morgen, Espert! Ja, sagen wir mal, jetzt haben wir auch wieder mal da. Es wird aber auch Zeit. Ich war den ganzen Winter da, Espert. Ui, das ist gut! Ja, wir wollen ja auch immer weiter machen. Also, wir sind jetzt schon im Frühling drin. Gucken wir mal hier, die schöne Spargel. Ja. Das ist doch ein Traum. Das ist ein Zeichen von Frühling. Und dann werden auch wieder die Spargel-Schäle kommen. Dann können die Leute hier kaufen. Kostenlos werden sie am Denkmal geschälet. Das ist eine Bereicherung für unseren Markt. Die Spargel werden umsonst geschehen. Und die haben alle keine Zeit. Und das Spargel-Schäle ist so eine Oma-Sache. Die Oma ist nicht da. Und da werden hier die Spargel geschehen. Jawohl! Ja. Viel Spargel!